Willkommen zurück zu Let's Play Raven 1 Und wir sind hier in diesem wunderschönen Level stehen geblieben Ich hoffe ich schaff das jetzt endlich mal Okay, ich hab gebaut, ja Das Level ist so scheiße und dieser Wichser ist immer noch da, man Es tut echt leid, dass ich hier so einen eingefressenen, äh Äh, so schlechte Laune hier vielleicht haben könnte Das liegt aber daran, dass ich einfach schon seit zwei Parts dieses scheiß Level hier spielen muss Und ein Part, ne, zwei Parts schon, diese scheiß Mini Level hier dran ist Und das ist einfach so scheiße Och nö, och nö, ich will doch nicht da unten drin sein Das kommen bringt... Boah, das ist ein P Okay, nevermind Wo kommt das denn her, ja? Komm, demfies Ding da Wo kommt das denn her, das ist ja richtig nice Das kommt wie gerufen her Ein P Jetzt schaffen wir es, mit einem P schaffen wir das Ohne RIP, aber mit P Ich wusste nicht, dass da ein P ist, sonst wäre ich da mal runter gegangen Also Glück und Unglück sozusagen Aber trotzdem Aber trotzdem Also das Level ist echt nervig Also tut mir leid, dass ich hier so ein Schlecht drauf bin, aber äh, ja Schon seit zwei Parts dieses dreckigste Level hier Und ich will es endlich zu Ende bringen, wenn ich hier die Aufnahmesession zu Ende Äh, abbrechen kann Also die letzte Die letzte Mal, als ich so ein Scheißlevel zocken musste Äh, ist es da ja, ähm Von selbst Sagen wir mal Mehr oder weniger Abgebrochen Das war jetzt nicht so von mir gewollt Dass es einfach mitten drin aufhört Ach komm, nerv mich nicht Dämliches Augending, Mann Ja, okay Ich weiß schon Ja, ich verständige auch ein bisschen mein Leben Weil ich keinen Bock hab Mich von dem Ohen zu lassen So, komm hau Hau ab Und ich geh jetzt einfach durch Ich hab mich vom letzten Mal auch diesen Käfig geholt Das war ein bisschen dämlich Denn man kann ja einfach durchgehen Ah ne, kann man nicht Man muss ja tatsächlich Ähm, klein werden Das wusste ich nicht Deswegen wird man da also klein Okay Und jetzt Danke Und jetzt nur noch der Bosskampf Aber der ist auch echt schwierig Und zwar ist es Space Mama Heißt der Boss Ja, toller Name, nicht wahr? Und ist Wir lag grad Ultimativ Muss ich schon sagen, dieser Abspann ist auch sehr aufwendig Kann man schon mal lagern Also wir sind hier auf der Bühne Der Vorhang geht auf Und es ist Zeit für das Spektakel Oh, da kommen sie nämlich an Die Piraten Und der Endboss vor uns Space Mama Mit schöner Musik Ich hab sie Ich hab sie früher schon geliebt Und ich mag sie immer noch Okay, ich dachte jetzt kommt ein Boss Ah ne, zuerst kommen nur diese Lappen Die aber Eigentlich ganz schön stark sind Verdammte Scheiße Schau Ja, ihr seht mir nicht zu doof um die zu besiegen Ah, nein, endlich Ich hab ne Scheiß Goldfaust machen Ich hab ne Scheiß Goldfaust machen Einfach Spamen Der kann nämlich nichts gegen eine Goldfaust tun, wie man sieht Boom, boom, boom Und da ist er tot Na endlich, man Jetzt muss ich den Spinner da oben auch noch besiegen Weißt du ja nicht wie Ah Ich bin eh fast tot Und man kriegt anscheinend Keine Heilung Also ich muss eigentlich jetzt die Chance nutzen, dass ich Ziemlich gut ausgerüstet bin Alter Wie soll man das machen? Also wenn er da seine 10.000 Bomben spemmt Das find ich dann schon Was hat mich getroffen, bitte? Was? Ich willst wissen, was hat mich grad getroffen? Also das wär ja auch mal interessant Vielleicht erleben wir das auch noch Also wenn ich Alle Game Over per Keinen mal mehr Game Over machen darf Wär interessant was dann passiert Vielleicht sehen wir das ja an dem Part Dann würde die Aufnahme schon auch unterbrochen werden Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich Das an einem anderen Tag noch mal probieren mache So, ich würd mich auch sehr freuen, wenn das hier ein bisschen schneller gehen würde Also ich hab jetzt eine 3 neben Ich darf mich dreimal treffen lassen Von diesen Bomben Und wenn der seine Bomben spammt Was soll ich denn da machen? Propeller hilft nicht Ausweichen hilft nicht, weil da sind zu viele Bomben Also es gibt irgendwie nichts, was ich machen könnte Ja, auf jeden Fall sehr fair Aber das ist man ja schon gewohnt So, komm her du Spast Und der eigentliche Boss kommt ja halt eigentlich erst noch, ne Das ist hier nur Das ist nur so Vorspiel Aber dass man die immer wieder besiegen musste, wusste ich auch nicht Aber hier bei dem ersten kann man tatsächlich nur spammen Das reicht Es geht sogar ohne Goldfaust So, Depth Down So, der im Ausblick kriegt auch noch ein paar rein So, jetzt werden diese Bomben Okay, dieses Mal sind sie aber schlecht gespammt Konnte ich sogar mal ausweichen Ich glaub selbst nicht Ja, aber was soll ich da machen, Leute? Oder da? Ja Okay, jetzt kommt er runter Ja, klar Natürlich spawnt er direkt in mir quasi Dass ich nicht mal mehr irgendwas machen kann Und seine eigenen Bomben schaden ihn natürlich auch nicht Ich mein, das sind zwar Bomben, aber nicht vermeint so Und jetzt kommt der eigentliche Bosskampf Ich hoffe, er wird ins Checkpoint gesetzt Ja, das ist er So, die muss man glaub ich immer in die Fresse hauen Wenn ich das richtig weiß Dann schießt sie immer so Messer so richtig dreist Ja, genau Ah, genau Und danach fliegen die so richtig komisch weg Also der ist auch nicht ganz leicht, der Boss Ja klar, ein Baum Schau mal, ich treff ihn, aber es macht ihm keinen Schaden Logisch, ne? Ah, jetzt kommt der Scheiß Jetzt wird er mit seinen Messern da um sich Aber das wird glaub ich relativ leicht Wie es ausschaut Ja, das ist jetzt nicht so der Schwere Teil So, jetzt kommt das wieder Und in die Fresse mein Freund Aua, was hab ich denn getroffen? Das ist ein Messer oder was? Ja, komm Hm, ich muss alles nochmal machen Das dauert ja ewig hier Komm, gib Gas, man Das braucht doch hier so lange, weil das so rum lag Und Zeitlupe Uuuuuh Ich versteh gar nicht, warum das so lag Ich mein, das ist doch nur so ein Vorhang da aufgeht Das kann doch nicht so aufwendig sein Aber am besten Wir verlieren am Anfang kein Leben Also Es ist wirklich besser, wenn man dieses P hier hat Denn Ohne das P Hat man halt nur drei Leben Was ich extrem wenig finde Soll ich erst noch das schon mal reinbekommen Ja, aber der Typ ist der Also der Anfangsregion hier ist echt leicht Ich will den davon eigentlich nichts verlieren Weil der kann irgendwie gar nichts Habe ich das Gefühl Also einfach Spam und dann kann er nichts machen Also dieser Bombentyp ist ja schon besser So, jetzt kommt seine Bombenspamerei Boah Ich bin ausgeglichen, hey Aber guck, was soll ich denn da machen? Der Grenze wird zerbunden richtig ein So, jetzt spawnt er der wahrscheinlich in mir Ja klar, was auch sonst Ich find's so lächerlich, dass der einfach in mir drin spawnt Ich mein, da ist doch schon safe ein Leben weg Oh, ab, Mann Ja, ein Leben Also ich find's ja irgendwie fair, wenn man jetzt ein P kriegen würde, ja Oder irgendwie wenigstens ein kleines P zur Heilung Aber man kriegt überhaupt nichts Ich mein, Typ hat zwar nur sechs Leben Aber trotzdem, das reicht aus Ich mein, ich hab drei Leben, ja Möcht' ich mal anmerken Hallo Ich hasse die Steuerung Ich hasse diese alten Spieler, weil die immer so rumglitschen müssen Das war genau wieder so ein Fall Ich bin da voll drauf gesprungen Nö, juckt nicht Also weil das ziemlich langweilig ist Für euch werde ich das, glaub ich, vorspulen Also immer hier diesen Anfangsteil Weil das ist doch super nervig, oder? Also wenn ich das nochmal spielen werde, was ich ja eh mache Danach werde ich schauen, dass ich hier auf jeden Fall, äh Mein P noch hab und die Goldforst Und die Goldforst Und die Goldforst macht, glaub ich, keinen Unterschied Warum auch immer, weil bei Borsten bringt die anscheinend nichts Obwohl sie eigentlich viel schneller down sein müssten Aber macht nichts Und deswegen, äh, P ist wichtig Das hat aber doppelt so viele Leben Das wär schon nice So, wir machen Abgang Der da oben einer rein Jetzt wirft er seine Bomben Okay, waren dumm geworfen Weil irgendwie erwischt mich da keine Einzige Egal, ich beschwär mich nicht Ich find's auch irgendwie lächerlich, dass man den nicht mehr einmal treffen kann, ne? Also immer nur einmal und dann Nö Also, wie soll man dem ausweichen, bitte? Diese Bomben verfolgen einen so richtig komisch So, diesmal Konnte ich immer seinen komischen Warum? Wieso hat er mich getroffen? Ich schlag auf den einen und er kann seine Bomben bewerfen Ist doch klar, oder? Das ist doch so scheiße, dieses Spiel gemacht Ganz im Ernst Wie unlogisch ist das bitte? Ich mein so scheiß Nudelholz, Alter, verpiss dich So Der besiegt, jetzt springen diese Schwerter weg Also eigentlich ist diese Space Mama Fight nicht schwierig Muss ja wissen, wie der abläuft So, jetzt kommen sie mit ihren Schwertern, die sie nach oben schießt Und das ist, das ist super leicht Also wenn man sich hier treffen lässt, dann Weiß ich auch nicht mehr Dann kann ich auch nicht helfen, so Dann ist mir nicht mehr zu helfen Also hier kann man sich eigentlich gar nicht treffen lassen Ne, also man kann sich anscheinend doch nicht treffen Ich weiß zwar nicht warum Ich bin das auch echt Bisschen assi Ich mein warum So, ein bisschen hier landen Dann die Schwerter hauen ab Oder die Messer Küchenmesser Nudelholz hier Ja So, was kommt jetzt? Jetzt kommt der Scheiß wieder Aber das ist, das ist irgendwie echt einfach Also üpp Dann auch hier nochmal üpp Also ich kann sie da echt nicht treffen Das finde ich echt schade Weil eigentlich ist sie da übelst ungeschützt Was kommt jetzt? Okay, das war ja auch noch machbar Aber der Scheiß wird halt jetzt schwieriger, wenn die Messer wegspringen Ja, das ist schwieriger So, aber auch machbar So, was hast du draus, Space Mama? Also der Bombenfuzzi, der war bisher das stärkste Muss man immer zugeben So, okay Hä? Was ist das denn? Hä, was ist das denn für ne Scheiße? Ach, komm Das dauert einfach so lange Mann, das ist doch scheiße Warum dauert das so lange, bis ich wieder zocken darf? Ja, und wie geht's euch so? Ich muss ein Smalltalk machen hier mit euch Ja, ich hab glaub ein bisschen gechadet hier Ich mein, hab ja eh nichts zu tun So, jetzt kommt der Depp glaub ich, ne? Ja, gut Jetzt kann man sich langsam vorbereiten Und jetzt kann man draufhauen Ähm, also am liebsten würde ich alle drei Leben noch haben für Space Mama, aber Dass das nicht machbar ist, haben wir ja schon gesehen Also keine Angst, hier wird der ganze Park jetzt nicht nur dieser scheiße Kampf sein, das kann ich euch versprechen Weil das echt lame wäre So, jetzt spammt er seine Bomben rein Kann ich die irgendwie kaputt machen oder so? Nee, geht auch nicht So, dann gibt's den zweiten rein Okay, ich glaub am besten ist es einfach stehen zu bleiben So, da erwischt er mich nämlich auch mit der zweiten Bombenfront nicht Er kommt da runter So, jetzt wirft er seine Bombe glaub ich Ich lass ihn mal kurz was werfen Jetzt wirft er Hat aber nicht getroffen, zum Glück Und jetzt killen wir den Jetzt killen wir den Und dann, das wär jetzt nice Jetzt hätten wir noch alle drei Leben für Space Mama, perfekt Also einfach langsam angehen Und danach sollte man hier kein Leben verlieren bei diesen Bombentypen Aber deswegen will ich das halt noch zu Ende spielen Bevor ich dann wirklich meinen guten Run mache Weil ich dann halt kein Leben verlieren möchte, logischerweise Und da weiß ich schon wie der Bosskampf abläuft Und das ist dann halt ein großer Vorteil, ne? So, also da springen sie weg die Schwerda Dann kommt jetzt diese lame Attacke da So, snup, snup, snup Und Nummer eins geht runter Jetzt Und Und die drei Und die letzte Boah Ne, also ich kann sie wirklich nicht treffen Ich hab das schon ganz oft probiert Und jetzt war ich echt schnell, aber Nö So, jetzt eine in die Fresse Schwerda machen einen Abgang So, hab ich gerne Also sie hat wirklich nur sechs Leben Das ist doch eigentlich Ich weiß es nicht Also, ich hatte bisher immer nur ein einziges Leben bei Space Mama Das heißt Ein Treffer war gleich tot Und deswegen Hat sie mich mit ihrer neuen Attacke da umgebracht Weil ich die halt nicht kannte Aber das wird dieses Mal nicht passieren, Leute Das versichere ich euch Jetzt schafft man das nämlich So, jetzt kommen glaube ich diese fünf Schwerter Die so rausfliegen Stup, stup, stup Genau, jetzt kommt das Ich meine, selbst das war ja schon was Neues Und das habe ich ja auch hinbekommen So, jetzt fliegen die weg Jetzt kommen nochmal drei Schwerter, glaube ich Stimmt das? Komm, mach mal was, Alter Ja Okay So, und jetzt kommen diese Schwerter aber nicht ganz normal weg Sondern dieser komischen Art So, jetzt geht das irgendwie da rüber oder so Okay, das geht auch auf mich Alter Wie früh muss man eigentlich springen, das ist ja nicht erwischen Jetzt hat sie zwei Leben mit dieser Attacke abgezogen Ich meine, wie krass ist die bitte? Die Attacke jetzt, ne? Okay, jetzt kommt das So, ich hoffe das macht sie jetzt nicht jedes Mal Ne, macht sie nicht, okay Ein Leben, komm noch Jetzt mach irgendwas geiles und dann kill ich dich Bitch, Alter Okay, jetzt kommt das nochmal Das ist ja einfach Das ist ja wirklich nicht schwierig Und der richtige Endboss kam Also das ist quasi nur so ein Zwischenboss mehr oder weniger Und der richtige Space Mama Kampf, der kommt erst noch Beim letzten Level aus der Welt Also als quasi Endboss Und der Kampf ist vielleicht schwierig Okay Jetzt haben wir wenigstens die geschafft Och, ey, es ist zum kurzen der Kampf Exzellent Ja, darunter verstehen wir glaube ich bisschen was anderes, Raymond Aber ich freue mich Geschafft ist geschafft Puh Ja Ich möchte jetzt aber gerne noch was ausprobieren Also speichern werde ich garantiert nicht Das wäre doof Aber ich möchte mich jetzt gerne wissen Was ist, wenn ich Game Over gehe jetzt tausendmal, ne? Es muss ja irgendwas passieren So, nach dreimal Darf ich Game Over gehen Vielleicht schätze ich mal, heißt das Und ich will wissen, was dann passiert Also, das probieren wir jetzt einfach mal aus Und durch den nächsten Toad Ah ja, es macht doch auch mal Spaß, sich absichtlich umbringen zu müssen Nicht immer nur Irgendwie durch Stummheit Und Ich bin echt gespannt, was passiert Also, das habe ich jetzt von euch ein bisschen gescheitert In 5 Minuten wahrscheinlich so zusammengeschnitten So, das Beste von dem Kampf Den Anfang habe ich wahrscheinlich immer komplett weggekattet Weil, das war jetzt wirklich nicht so spannend Und ja Wenn ich konzentriert bin, rede ich auch nicht so viel Und konzentriert und angepisst bin, muss man dazu sagen Okay Es müsste bald passieren So, noch einmal Game Over interpretiere ich Also, ich will aus dem Level eigentlich so mit 7, 8 Leben rauskommen Und kein Game Over Weil das letzte Level ist nicht schwierig Das kann man in einem Versuch schaffen, wenn man weiß, wie es funktioniert Aber das war halt das Problem Das wusste ich davor nicht Ich wusste nicht, wie ich an die Käfige rankomme Und da konnte ich halt das Level nicht schaffen So Jetzt noch 0 mal Was passiert dann? Ich bin sehr gespannt Oh, jetzt wird es echt interessant Hm Hm Oh yeah Jetzt Das ist das letzte Leben im letzten Game Over Was passiert? Game Over haben wir Game Over haben wir Und was bedeutet das? Okay, das heißt, man muss einfach vom letzten Speicherpunkt starten Ja okay, aber das ist doch gar nicht so schlimm Das heißt Ja, es ist wirklich nicht so schlimm Man Kann quasi 0 Game Over haben Und 0 Leben Und da muss man sich halt wieder hochpochen Also es ist wirklich gar nicht so schlimm, wenn man gar keinen Game Over mehr hat Wusste ich gar nicht Gut, für mich gibt das eine kleine Aufnahmepause Denn die Ruhe brauche ich jetzt Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Rayman 1 Zum nächsten Level Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss ue được Tschüss 4 F